Der deutsche Bildhauer Wolfgang Hugo Reinhold hatte nicht nur ein Kunststudium absolviert, sondern auch Philosophie studiert. So ist es zu erklären, dass seine Skulptur »Affe mit Schädel« aus dem Jahr 1892 voller tiefgründiger Symbolik und Anspielungen steckt. In seinem heute berühmtesten Werk setzte Reinhold einen Affen als den nächsten Verwandten des Menschen auf einen Bücherstapel. Als Verweis auf die Evolutionstheorie trägt eines dieser Bücher den Titel »Darwin«. Auf einem weiteren Buch ist auf Latein zu lesen »Ihr werdet sein wie Gott«. Der Bibel nach sagte die Schlange beim Sündenfall diesen Satz zu Eva. Die Pose des Affen erinnert stark an Auguste Rodins berühmte Skulptur »Der Denker«. Gleichzeitig zitiert Reinhold mit der Art, wie der Affe den Schädel in seiner Hand betrachtet, auch Shakespeare's »Hamlet«. Diese hochwertige Skulptur aus Bronze ist im Wachsausschmelzverfahren gefertigt und anschließend von Hand patiniert und poliert. In einer limitierten Auflage von 980 Exemplaren ist sie exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017